Herzlichkommen zu diesem Video, heute zeige ich euch mal die verschiedenen Fußballplätze wo man ein Tor erzielen muss. Nachdem ich jetzt sofort los Der erste Fußballplatz, zu dem wir jetzt am besten hinfliegen ist der hier oben über Pleasant Park Ja, da fliegen wir jetzt erstmal hin, wir sehen uns dann gleich und die Bühne befindet sich bei C2 Wo der Blockbuster-Skin war, äh, Skin alles klar, wo der Blockbuster-Stern war, der geupdatet wurde, was auch Dann auf meinem Kanal zu sehen war, ja, wir sehen uns jetzt mal, wenn wir da sind Ja, Leute, ich höre mal sagen, man kennt mich ja allzu gut, der gute Flieger nicht Deswegen nehmen wir mal hier so einen Stein, zack Und gehen direkt mal zum Fußballstadion Zack Jetzt sind wir auch hier im Fußballstadion angekommen, Leute Das letzte Mal auf der Karte, wo es genau ist, hier oben über Pleasant Park Und die wird ja auch nur noch den Ball ins Tor befördern Einmal, zack Und Tristix-Dinoskop Alles klappt Ja, Leute, und dafür dann schon mal die Mission 1 von 3, das muss man dreimal machen Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Fußballplatz Für das nächste Fußballfeld müsst ihr, wenn ihr Glück habt, vielleicht sogar gar nicht aus der Runde rausgehen Es könnte sogar eine schnelle Route werden, wenn alles passt und falls es niemand tötet Nämlich der nächste Runde findet sich hier unten im Pleasant Park, also gar nicht weit weg von dem ersten Und ich hoffe, dass hier niemand ist Sieht aber ziemlich gut aus, denn Ich möchte jetzt mal zeigen, wie man hier das Tor aussieht, was natürlich sehr schwer ist Nicht, aber Ja, genau Die Voraussetzung ist hier an der Fußballplatz Mit zwei Toren Und da schießt nochmal sofort direkt ein Tor Und mit etwas Glück schaffen wir es sogar noch zur letzten Position, sofort hinzulaufen Das heißt, es wird die schnellste Route eventuell sein Ohne, dass man rausgehen muss So, Leute, nächster Schuss hier Marco Reus, genau, kurzer Prank hier, Leute Oh Gott Eckball Toni Kroos in die Mitte Müller Okay, Leute Hier ist dann das zweite Fußballfeld, wo ihr dann ein Tor erzielen müsst Ja, wir gehen jetzt mal zum dritten So, Leute, beim Fußballplatz Nr. 3 sind wir auch gleich angekommen Und es sieht wieder ziemlich, ziemlich gut aus Dass jemand ist Und Leute, wenn ihr übrigens mein Video sehen wollt Wie man diese Rampen hier in Fortnite benutzt Dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da und schreibt es gerne in die Kommentare Aber hier geht es erstmal um die Fußballmission Das ist das letzte Fußballfeld Hier muss man reingehen zum Beispiel Eine Pam nehme ich gerne nochmal mit Leute, und hier befindet sich dann das letzte Fußballfeld Hier nochmal auf der Karte zu sehen Heißt, es ist eine sehr schnelle Route Und man startet hier oben, geht runter nach Pleasant Und dann hier in Ordnung startet von hier und geht hoch Je nachdem, wie das Flugzeug fliegt Jetzt schieben wir das letzte Tor Und Und Yeah, Leute Das war's mit dem Video Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch gerne eine positive Wertung da unten Abo, würde mich sehr freuen Aktivität Glocke, um keine weiteren Äh Ja Leute, das ist mit dem Video Aktivität Ja, das ist mit dem Video Wenn euch das Video gefallen hat, lasst du gerne eine positive Wertung da Und ein Abo Würde mich mega, mega, voll Aktivität Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen Ich bin da